so meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu deinem Video von Word of Things. Es ist ein schneller Beginn hier. Leute, what the fuck, das ging mir jetzt so schnell. Wir sind ein neuen deutschen Panzer. So läuft es ab. Wir müssen als Deutscher unsere Durchschlagskraft beweisen. Mal gucken, was passiert, wenn ich... Ne, passiert nicht. Okay. Gut, wir drehen mal weg. Wir fahren mal hier zur Seite. Ja, Weckeln im Panzer erkennt ich nicht, deswegen habe ich mir auch gekauft. Ähm... Okay, Grafikfehler. Eine schlechte Textur. Warum habe ich eine schlechte Textur? Das frage ich mich jetzt leider zu spät, da ich den Part jetzt aufnehme. Ja, wieder Vorproduktion. Und ja, ich wollte gerade sagen, der Anfänger. Das war nämlich einer, mit dem ich damals in der Arbeit war. An sich sehe ich, hier Keiten ist mir. Kommen wir mal weiter vor. Wir sind jetzt zu Stufe 2. Ist das, glaube ich, oder ist das sogar schon eine Stufe... Ne, Stufe 2. Geil. Das war sehr, sehr schlau von mir. Wollen wir uns in der nächsten Runde sehen? Ja, glaube ich mal, ja, oder? Bis gleich. So, neue Runde, neues Glück. So sieht es aus. Auf der Map. Mine mit dem TN... 25, 27, sowas. Irgendwas sowas. Ähm... Ja, anderen Namen kann ich nicht aussprechen von den Deutschen. Das ist so ein Panzer... Irgendwas. Kampfpanzer, irgendwas. Und ja, wir sind jetzt, wir, äh, bei den Sowjeten angekommen. Der nimmt auch alles mit, oder? So. Wir fahren natürlich hier schön hier mit rum. Versuchen von hier hinten, äh, alles aufzuräumen mit. Ja, wir versuchen jetzt ein kleines bisschen taktischer heranzugehen. Ja, taktischer, naja. Schade, dass ich nicht das Haus mitnehme. Ich kann, das ist wohl zu stabil für den Panzer. Das verstehe ich auch. Alles klar, 100,000 Schaden gemacht. Das muss wehtun. Jo. Wir sind erledigt. Waaah! Alter, okay. Gut, Leute. Ich würde mal sagen... Hm. Das war's. Also, ich hab jetzt zwei Panzer geschottet. Ich würde mal sagen, wenn euch da ganz was gefallen hat, gebt den Daumen um. Wenn nicht den Daumen um, schreibt mir trotzdem in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt oder so. Keine Ahnung. Es war heute nichts passiert. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.